Ja, wir waren alle zusammen sehr zufrieden, ich denke Frank auch, natürlich, er braucht noch ein bisschen Zeit, das ist ganz normal nach der neun Monate Pause, er kommt bestimmt aber langsam zum Mannschaft, aber das ist ein klasse Spieler, klasse Tipp und wie ich habe gesagt, wir sind sehr zufrieden, dass er wieder dabei ist.